Mami, was mache ich mit dem hier? Das ist überhaupt mein Lieblingsstück. Das ist ein Handschuh und der ist schon imprägniert und mit dem kannst du putzen. Zieh am besten noch den zweiten an. Jetzt nehme ich den Bilderrahmen in die Hand und fahre einfach drüber. Wenn du es ganz ordentlich machen willst und den sanft schonen, dann nimmst du das raus. Das geht eigentlich ganz schnell. Die meisten Leute glauben auch immer nur, dass Silberputzen mühsam ist. In Wahrheit geht es dann eh flott, wenn man es einmal macht. Aber man sieht, es geht mit Druck schneller und besser. Auch hier. Ohne Druck ist gar nichts. Der Glanz entsteht mit der Reibung. Deshalb haben wir eigentlich früher in den alten Herrenhäusern immer die Butler oder die Männer Silber geputzt. Da war immer Silberputzen, war immer Männersache im Personal. Worum macht das denn das eigentlich? Weil die Verhältnisse haben sich geändert. Und die verwendest du so lange, bis sie ganz schwarz sind und dann kannst du sie wegwerfen. Grões hier muss ich nicht. Ich mache die Verhältnisse im Personal Aber ich mache die Verhältnisse. Ich mache das Ganze ein. Vielen Dank.